Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Nürnbergs Matthäus Pereira sah bei Fortuna Düsseldorf schon nach wenigen Minuten Rot-Urheberrecht gett die Images 23. Februar 2019, 21 Uhr Düsseldorf, Matthäus Pereira kassiert den schnellsten Platzverweis in der Nürnberger Liga-Geschichte, nach einem fiesen Schlag in einen Düsseldorfer Unterleib. Erst der Videoassistent entlarvt die Täglichkeit.